Servus und herzlich Willkommen zum heutigen Part von Pokémon Smaragd. Wir haben die beiden Verstecke von Team Magma und Aqua fertig gemacht, also abgehakt. Und da wir hier jetzt im Moment nicht weitermachen können, würde ich sagen... Ja komm, Moosbach ist das nächste. Aber zuerst gucke ich, dass mein Inventar noch mal passt. 2. Achtung. 1. 3. 6. 3. 10. 10. 11. Bis zum nächsten Mal. 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 Der Arena Fight. Und der neue Orden. Von daher. Schwierig. Bis zum nächsten Mal. 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 Okay, Horrorblick, ich kann also Eva-Maria nicht austauschen, will ich auch gar nicht. Machen wir mal schöner Doppelkick auf Kamerupt. Gut, dann mit dem X-Bad jetzt auch weg. Zerschneider dürft reiche. Da haben wir Golbert. Na, Feuerfeger ging daneben, schad. Und noch Magnaion, aber Level 38. Ja, das ist easy, das wäre mal easy Hemmrolle. Setzen wir mal Hitzekoller in. Mark und Kalle wurden besiegt. Gut, ich wollte doch nur die Landmassen vergrößern. Ich stehe auf der Seite vom Boss. Wir konnten den Vulkan nicht zum Ausbruch bringen. Wir konnten Grudor nicht kontrollieren. Ist unser Plan, die Landmassen zu vergrößern, vielleicht doch falsch? Wenn wir Team Magma uns geirrt haben, dann liegt Team Aqua mit seinem Plan, das Meer auszuweiten, vielleicht genauso falsch. Gut, wir werden den Treibstoff hier lassen. Es gibt wichtige Dinge, um die ich mich kümmern muss. Puh, war das Nervenzerreißen. Danke, Slade. Ich habe etwas, das ich dir als Dankeschön für deine Hilfe geben möchte. Komm, mich bitte besuchen. Achso, ich lebe nicht in Metaros City. Ich lebe hier auf dieser Insel. Okay. Dann machen wir das mal klar. Gehen wir zu ihm und... In irgendeinem Häuschen ist der, wenn er hier lebt. Und dann gucken wir, was er uns geben will. Ja, da ist er jo. Was hängt sich aus, wo Evel leer stand? Slade! Ja, das ist mein Zuhause. Peinlich, wie kahl die Räume hier sind. Oh, hier nimmt dieses VM. Sie enthält Taurer. Ich habe meinen Pokémon schon beigebracht. Ah, Taurer. Okay. Wenn du Surfer einsetzt und über das Meer gleitest, wirst du dunkle Stellen im Wasser bemerken können. Setz hier Taurer ein und du kannst hinabtauern bis zum Meeresboden. Wenn du wieder auftauen möchtest, setz ebenfalls Taurer ein. An manchen Stellen ist das auftauen allerdings nicht möglich. Goodie. Dann würde ich sagen, machen wir das, Moklad. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020